hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal das ist mal wieder ein experiment zum zwei jahre special und in diesem experiment geht es darum pfeffer von salz zu trennen erst durch pfeffer auf diesen teller jetzt kommt auch noch dann jetzt salz dazu und dann geht es darum pfeffer vom salz was ich jetzt hier noch mit dem löffel vermische zu trennen jetzt dann geht es darum wenn ich das vermischt habe ja das pfeffer vom salz zu trennen und das funktioniert indem ich erstmal den plastiklöffel mit einem wolltuch wollpulli auflade und dann werde ich über das salz und pfeffer gehen und dann schauen wir mal was passiert und zwar funktioniert das ganze dann folgendermaßen wenn ich jetzt mit diesem plastiklöffel darüber gehe dann sammeln sich die pfeffer teilchen da am löffel die man gerade sehen konnte und so kann ich dann pfeffer vom salz trennen zum nachmachen benötigt ihr einen teller wo das pfeffer und salz drauf tut pfeffer und salz einen plastiklöffel und einen voll tuch oder poli